Warum du mit Indexfonds besser fährst als die großen Hedgefonds? Stell dir vor, du stehst vor der Wahl. Du könntest dein Geld in einen riesigen Hedgefonds wie Bridgewater investieren, wo 2000 brillante Köpfe Tag und Nacht daran arbeiten, die besten Entscheidungen zu treffen. Doch was, wenn ich dir sage, dass diese Experten oft nicht besser abschneiden als ein einfacher Indexfonds? Ja, du hast richtig gehört, Bridgewater hat eine Rendite von 4% erzielt, während der Markt mit einem Indexfonds wie dem S&P 500 im Durchschnitt mit satten 18% liegt. Das sind fast 5 mal so viele. Und das ist noch nicht alles. Diese Top-Analysten verwenden Milliarden für Forschung und Tools. Und trotzdem fällt es ihnen schwer, den Markt zu schlagen. Hier ist der entscheidende Punkt für die meisten von uns, die vielleicht nicht die Zeit oder das Wissen haben, um den Markt zu analysieren, ist die Investition in Indexfonds der einfachste und effektivste Weg. Denk daran, dass Einfachheit der Schlüssel ist. Du musst nicht ständig raten, sondern kannst einfach mit dem Markt mitwachsen. Halte langfristig einen S&P 500 ETF und lass die Aufregung des Marktes für dich arbeiten. Versuch nicht, den Markt zu timen. Das führt oft zu Enttäuschungen.